Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem diesenjährigen digitalen Intersolar. Es ist nun fast schon ein Jahr her, als wir uns in diesem Rahmen genauso getroffen haben. Wer hätte damals gedacht, dass dieses Corona uns so lange begleitet. Aber mit etwas Glück können wir uns im Oktober auf einer kleinen Intersolar in München wieder treffen. Dennoch wollten wir Ihnen ein kleines Update von allen News in unserer Branche geben vor dem Sommerurlaub. Dazu haben wir uns entschieden, uns heute nochmal hier digital zu treffen. Ich habe einige Gäste eingeladen und ich hoffe, Sie haben genauso viele Fragen wie ich. Sie können Ihre Fragen während der Sendung in den Chat eintragen und wir werden während der Sendung die Fragen beantworten und sollte die Zeit nicht reichen, werden wir diese im Nachgang natürlich beantworten. Eine kleine Info noch. Wir halten uns hier an die 3G-Regeln. Das heißt, wir sind alle geimpft, getestet oder genesen. Falls Sie sich wundern, warum wir hier vielleicht etwas näher beieinander stehen. Doch zum Start wollen wir mit unserem Imagefilm loslegen. Wir als BayWire Solar Energy Systems helfen Ihnen jedes Solarprojekt ganz nach Ihren Bedürfnissen zu realisieren. Vom Einfamilienhaus bis zu großen Gewerbeanlagen. Und das bereits seit mehr als 30 Jahren. Wir sind einfach näher am Kunden. Und Solarstrom auf jedes Dach zu bringen, ist unsere Mission. For our planet. Ja, gerade noch live oder gerade noch im Film und nun live hier bei mir im Sonnenstudio darf ich Alexander Schütt begrüßen. Hallo Benni. Herzlichen Dank. Freut mich, dass ich hier sein darf. Und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu unserem zweiten digitalen Partner-Event. Wie du schon gesagt hast, Corona hat uns leider wieder nicht erlaubt, eine wirkliche Intersolar im Juni stattfinden zu lassen. Es wird zwar jetzt eine kleine Version im Oktober geben und da freuen wir uns, Sie auch persönlich begrüßen zu dürfen. Aber jetzt treffen wir uns hier auf diesem digitalen Event. Ja, Corona war das dominierende Thema in den letzten 18 Monaten. Die dritte Welle ist zum Glück hinter uns, aber wir stehen wohl zu Beginn einer vierten. Glücklicherweise sind die Impfraten zwischenzeitlich deutlich höher und ich und ich glaube, Sie auch, haben die berechtigte Hoffnung, dass die vierte Welle nicht ganz so schlimm sein wird und wir mit keinen oder geringen Einschränkungen nur leben müssen. Auch wir bei der ByWARE Solar Energy Systems haben einige Maßnahmen getroffen in den letzten Monaten und eineinhalb Jahren, damit unsere Mitarbeiter so gut wie möglich geschützt sind und dass wir so gut wie möglich für sie auch weiterhin lieferfähig sind. Wir haben deshalb die Mitarbeiter, die in Büros tätig sind, von zu Hause aus arbeiten lassen, soweit dies möglich war, und die Mitarbeiter, die eben im Lager beispielsweise sind und dort eben kein Homeoffice möglich ist, wurden in einem Zweischichtsystem so gut wie möglich voneinander getrennt. Alles Vorsichtsmaßnahmen, um unsere Mitarbeiter zu schützen und so gut wie möglich für sie lieferfähig zu sein. Trotzdem hat es uns im Mai und im Juni teilweise erwischt. Einige Mitarbeiter im Lager haben Corona bekommen. Wir mussten eine Schicht schließen und auch bei unserer Spedition, mit der wir sehr stark zusammenarbeiten, gab es Corona-Fälle. Dies hat uns im Mai und im Juni durchaus stark getroffen. Glücklicherweise sind in der Zwischenzeit alle Kollegen und Kolleginnen wieder genesen und wohlauf. Eine Folge von Covid war natürlich und ist natürlich, dass die Märkte in ein absolutes Ungleichgewicht, in eine Schieflage geraten sind. Das abrupte Runterfahren der Wirtschaft und der Unternehmen zur zweiten und dritten Welle haben dazu geführt, dass Produktionen stillgestanden sind, Leger nicht mehr abgeflossen sind und so weiter. Gleichzeitig, was heißt gleichzeitig, ab Ende der dritten Welle, hat dann das abrupte Hochfahren der Volkswirtschaft und der Unternehmen wieder begonnen. Dies hat dazu geführt, dass viele Bereiche, viele Branchen in ein Ungleichgewicht gekommen sind. Dies spüren wir heute, egal ob wir anschauen, beispielsweise die Holzpreise, Verfügbarkeiten von Metallen, Computerchips oder Granulaten. Die Computerchips führen dazu, dass wir unter anderem zum Beispiel die ein oder anderen Lieferschwierigkeiten im Bereich der Wechselrichter haben. Auch in der Speditionswelt haben dieses Ungleichgewicht zu enormen Problemen geführt. Unter anderem ist der größte Hafen in China, in der Nähe von Honghong, den kompletten Juni stillgelegt worden, weil hier Corona-Fälle waren und die chinesische Regierung hier relativ abrupt den Hafen geschlossen hat. Der Suezkanal mit der Ever Given hat sein Übriges dazu getan. All dies hat dazu geführt, dass hier ein sehr großes Ungleichgewicht in der Speditionswelt, in der Schifffahrtswelt vorherrscht. Gutes Beispiel dafür sind die Containerpreise. Vor Corona hatte ein Container, der von Asien nach Europa geliefert wurde, kostete grob 2.500 US-Dollar. Heute sprechen wir mehr in der Region von 15.000 bis 20.000 US-Dollar. Und wir müssen sogar noch dankbar sein, wenn wir einen Platz auf dem Schiff bekommen. Dies alles hat natürlich auch dazu geführt, dass unsere Produkte, mit denen wir handeln, mit denen Sie arbeiten, Module, Wechselrichter, Speicher, Montagesystem, auch hier zu einem Ungleichgewicht gekommen ist und die Verfügbarkeiten nicht immer in dem Maße vorhanden sind, wie wir und wie Sie es sich wünschen. Neben diesen Herausforderungen würde ich aber auch gerne zwei, drei positive Dinge erwähnen, die in den letzten Monaten geschehen sind. Zum einen das Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht im April, das gesagt hat, dass Klimaschutz ein Grundrecht von uns ist. Das Klimaschutzgesetz aus dem Jahre 2019 wurde für verfassungswidrig erklärt. Es war schlichtweg nicht ambitioniert genug und nicht konkret genug. Dies wird mit Sicherheit positive Auswirkungen auf die erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren haben. Genauso der EU-Green Deal oder dass die Pariser Klimaziele für 2030 von allen wesentlichen Parteien in Deutschland grundlegend anerkannt werden. Dies hat mit Sicherheit positive Auswirkungen. Vielleicht etwas abseits von den großen Medien ist aber auch noch ein weiterer Punkt sehr interessant, nämlich, dass das Bundesministerium für Wirtschaft, Herr Altmaier, endlich anerkannt hat, dass der Strombedarf im Jahr 2030 nicht mehr auf dem heutigen Niveau sein wird von etwa 560 oder 570 Terawattstunden im Jahr. Sondern endlich wurden berücksichtigt, dass aufgrund von Elektromobilität, von Wärmepumpen und Power to X mehr Strom benötigt wird im Jahr 2030 und 2040, wie bisher von der Bundesregierung angenommen wurde. All dies lässt mich positiv stimmen, dass der Markt, unser Photovoltaikmarkt, in den nächsten Jahren mit Sicherheit deutlich ansteigen wird. Ich glaube, wir werden hier eher in die Richtung von 10, vielleicht sogar 15 Gigawatt laufen müssen, an neuen Installationen pro Jahr, wenn all diese Ziele, Paris Ziel 2030 und so weiter, eingehalten werden sollen. Alex, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Da wird es auch einfach nicht langweilig in unserer Branche, in der Tat. Vielen Dank. Wir hören dich später nochmal. Danke. Als nächstes wollen wir schauen, was es bei Novotegra Neues gibt. Und dazu darf ich meine Kollegen Tommi und Michael hier im Sonnenstudio begrüßen. Hallo. Hallo. Danke, Benni. Hallo, liebe Kunden. Ja, es freut mich auch dieses Jahr wieder mit bei sein zu dürfen in diesem tollen Event. Und bei Novotegra hat sich einiges, einiges geändert und einiges getan. Sie haben das vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, aber da hat sich schon ein bisschen was getan. Und wer mich kennt und viele von Ihnen kennen mich schon lange, wissen, dass mein Herz für die Technik schlägt, damit wir für Sie die bestmögliche Unterstützung rund um das Produkt Novotegra, um die Produkte, um die Lösungen bieten zu können, haben wir jemanden gesucht mit Herz für den Vertrieb. Und wir sind auch fündig geworden. Lieber Michael, herzlich willkommen im Team Novotegra. Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für die nette Einführung. Ja, ich freue mich wirklich, hier sehr an Bord zu sein. Nach 20 Jahren Modulvertrieb, Batterievertrieb, freut es mich jetzt mal, eine ganz neue Welt kennenzulernen. Die Montagesysteme, die BayWa ist mir schon gut bekannt gewesen. In den vorigen 20 Jahren, Modul- und Speichervertrieb, Schott und LG, war die BayWa immer ein ganz besonderer Kunde. Und jetzt nach drei Monaten kann ich schon sagen, von außen hatte ich schon immer einen sehr, sehr guten Eindruck über die BayWa und das Innenleben ist noch viel besser. So kann ich sagen, nach drei Monaten trage ich Novotegra und Montagesysteme schon fest in meinem Herzen und freue mich, dass wir das jetzt hier zusammen noch einen Schritt weiter bringen können. Ja, super. Ja, was haben wir denn mitgebracht für Sie heute? Auf der Produktseite, auf der Lösungsseite, möchten wir unser Novotegra für Bitumdach auf Holzschalung vorstellen. In vielen Teilen Deutschlands, aber auch zum Beispiel in Skandinavien, weit verbreitet sind diese Dächer. Auf der Produktseite selber haben wir mit den Mittelklemmen 30 bis 42 Millimeter eine Klemme entwickelt, die circa 95 Prozent der Modulrahmenhöhen abdeckt. Und haben Sie doch mal ein Projekt mit höheren Modulrahmen, dann haben wir noch unsere bewährten Klemmen 43 bis 52 Millimeter. An was arbeiten wir im Moment? Wir sind am Redesign unserer Flachdachlösung. Wir versuchen, unsere Einlegeschienen zu optimieren. Und wir arbeiten und entwickeln derzeit eine leichte Aufständung für Trapezblechdächer. Das Ganze unter dem Motto Montagefreundlichkeit, hoher Vorkonfektionierungsgrad. Michael, was haben wir denn Neues auf der Vertriebsseite? Ja, da bin ich auch froh, dass wir ein paar ganz tolle Neuigkeiten haben. Gerade seit der letzten Woche haben wir unsere eigene Website. Besuchen Sie uns mal unter www.novotegra.com. Da finden Sie alles um unsere Produkte sehr übersichtlich. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Sehr, sehr übersichtlich. Also ein Besuch lohnt sich. Und das war ein ganz, ganz großer Schritt, dass Sie uns leicht finden können und auch alle Produktinformationen. Dann freue ich mich auch, mitteilen zu können, unser Katalog 2021-22 ist fertig, ist verfügbar. Da finden Sie ganz übersichtlich all unsere Systeme, alle Einzelprodukte, sodass Sie da auch eine sehr, sehr gute Übersicht haben und hoffentlich sehr viele Systeme bestellen können. Und dann möchte ich auch noch unsere Serviceunterstützung erwähnen. Da freuen wir uns, dass wir jetzt nach dem Verbesserung der Covid-Situation, die der Alex ja schon angesprochen hatte, wieder unseren Erstmontageservice anbieten können. Wir haben auch schon einige Anfragen bekommen, Termine gebucht. Machen Sie davon Gebrauch. Wir stehen zur Verfügung und sind sehr, sehr gerne mit Ihnen auf dem Dach. Ja, Schulungen haben wir auch wieder aufgenommen im zweiten Halbjahr schon. Eine ganze Reihe von Online-Schulungen bieten wir aber auch gerne hier vor Ort an. Wenn da Bedarf besteht, melden Sie sich. Wir freuen uns da auf Ihren Besuch. Ja, bei uns im Vertrieb, wie auch auf der technischen Seite, geht es nach dem olympischen Motto. Schneller, höher, weiter. Aber keine Sorge, wir bleiben auf dem Boden oder für Montagesysteme sollte ich sagen, wir bleiben auf dem Dach. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und blicken da ganz erfreut in die Zukunft. Vielen Dank. Super, Mensch. Da haben wir ja wirklich viel für die Kunden. Internetseite ist toll, hat über Jahre gefehlt, haben wir immer wieder gehört. Das freut mich schon. Ja, soweit zu Novo Tegra. Ich habe mir sagen lassen, jetzt geht es um Module. Michael, ich glaube, das ist nicht dein Steckenpferd. Da bist du, glaube ich, nicht so drin. Aber bevor wir dann an den Benni nochmal übergeben, ja, noch unser Video möchten wir Ihnen zeigen zur Geschichte von Novo Tegra. Viel Spaß. Mein Name ist Martin Schäfer. Ich bin der Finder des Montagesystems Novo Tegra. 2005 fiel die Entscheidung, ein eigenes Montagesystem zu entwickeln und dazu wurde ich eingestellt. Der Dachhaken hier, der wurde als Prototyp das erste Mal in einer alten Schmiede gefertigt, aus schwarzem Stahl. Und die Form ist bis heute so unverändert. Die Idee kam mir damals übrigens in der Badewanne abends. Und die meisten sagen, so sieht eigentlich kein Dachhaken aus. Diese runde Form kannten die nicht. Nichtsdestotrotz ging der Haken dann in Serienfertigung. Ich habe das dann selbst gesehen, wie der in Bulgarien auf so einer halbautomatischen Biegemaschine gebogen wurde. Die haben da einfach Material vom benachbarten Schrottplatz genommen und haben sich da eine Maschine gebastelt. Dann gab es noch so einen schwäbischen Tüftler, der hat so einen Holzspalter genommen, so einen hydraulischen, hat er irgendwie oben drauf gedruckt. Und dann haben wir so ein Werkzeug gehabt, dass es diese Form ergibt. Ja, passend zu diesem Dachhaken gibt es natürlich noch die C-Schiene und später kam noch die Aufständerung dazu. Heute wird der Haken natürlich auf modernen Maschinen gefertigt in Deutschland. Ja, vielen Dank, Tommi und Michael, dass ihr uns die wichtigsten und neuesten Updates von Novotegra mitgebracht habt. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir mal in die Welt der Module. Und dafür darf ich recht herzlich Sabine begrüßen. Hallo Benni, danke für die Einladung. Ja, bei den Modulherstellern gibt es wirklich in der Tat richtige Innovationsspanien. Die Zellgrößen sind permanent im Wandel. Es gibt Halbzellen, es gibt Vollzellen, es gibt geschindelte Module. Also es ist unglaublich, die Modulhersteller schauen gerade tatsächlich wirklich, was können sie aus ihren Produktionslinien noch rausholen, wo können sie noch ausreizen, wo können sie optimieren. Es kommen fast täglich neue Meldungen über neue Wirkungsgrad-Rekorde. Apropos Wirkungsgrad-Rekorde. In der Tat ist die Leistungsfähigkeit bei den Modulen wirklich enorm wichtig und steht auch im Vordergrund. So haben zum Beispiel all unsere Hersteller, speziell für den Residential-Bereich, für die Anlagen, für die Hausdächer, Module mittlerweile bis zu 415 Watt Peak im Portfolio. Das Gute daran, diese Module, trotz der hohen Leistung, bleiben knapp unter diesen zwei Quadratmetern Glasfläche, weil das ist ja in einigen Bundesländern auch wirklich ein Thema in der Bauverordnung. Was gibt es in der Freifläche bei den Großanlagen? Hier ist ganz klar der Fokus stark in Richtung der 72-zelligen Module. Diese Module haben mittlerweile auch Leistungen von mehr als 600 Watt Peak. Da in Bezug auf die Module auch größere Leistungen, stärkere Leistungen, ist leider auch, oder das heißt leider zum Glück auch, das Thema der 1500 Volt mittlerweile stark etabliert. Bei 1500 Volt Systemspannung, die natürlich auch die Wechselrichterhersteller mittlerweile umsetzen, ist es so, dass wir auch im Projektbereich hier noch eine Kostenersparnis erzielen können. Ja, Residential-Bereich zurück, dahingehend ganz wichtig, die Nachfrage immer größer auch nach Full-Black-Modulen, quasi das kleine Schwarze auf dem Dach, welches wir auch perfekt kombinieren können mit unserem Montagesystem Novo Tegra. Schwarze Schiene, schwarze Klemme, alles einheitlich, schön homogen, schöne Optik, so wie wir Frauen das eben auch gerne wollen. Noch ein neuer Trend, oder der sich jetzt stark etabliert hat, ist das Thema Doppelglas-Module. Diese Vorteile bei Doppelglas-Modulen liegen ja quasi glasklar auf der Hand. Sie sind widerstandsfähiger, sie haben insgesamt eine höhere Belastbarkeit, mit der wir arbeiten können, und die meisten Doppelglas-Module sind natürlich auch bifazial, was ein großer Vorteil ist bei den Erträgen, weil bifaziale Module bei entsprechender Neigung und entsprechendem Untergrund, Montageuntergrund, auch mehr Ertrag bieten können. Also, du siehst, Benni, es ist wirklich viel Bewegung, und wir können nicht mehr sagen, so wie früher Standard-Module, Poly-Module in der und der Leistungsklasse oder Monomodule in der und der Leistungsklasse, das gibt es eigentlich nicht mehr. Hier ist so viel Bewegung, wir müssen quasi schon fast jedes Quartal gucken, was liefern welche Hersteller in unser Portfolio, welche Leistungsklassen, welche Modulgrößen. Hierzu ist es wirklich wichtig, dass sie intensiv mit uns im Austausch stehen. Ja, natürlich gibt es auch Neuheiten bei uns im Produktportfolio. So haben wir neue Hersteller mit aufgenommen. Die Nachfrage nach deutschen Herstellern oder nach Herstellern, die in Europa produzieren, nimmt doch stetig zu. So haben wir uns dafür entschieden, Meier-Burger und Solux-Tech mit ins Programm aufzunehmen. Meier-Burger ist vielen von uns aus der Branche schon jahrelang ein Begriff, rein aus der Fertigung bzw. der Produktionslinien eben der Module. Und nun wird auch Meier-Burger die komplette Kompetenz, die sie haben, in die Modulfertigung einbringen und forcieren, ganz klar auch wirklich die komplette Wertschöpfungskette aus Europa darstellen zu können. Ja, was haben wir noch? Solux-Tech mit ihrer Fertigung in Bitburg. Also Bitburg kann nicht nur Bier, die können auch tatsächlich Module machen. Ja, haben wir Solux-Tech mit aufgenommen. Solux-Tech als Hersteller, der schon seit über zehn Jahren auch am Markt etabliert ist, vor allem im OM-Produktbereich und von unseren Kollegen in der Schweiz auch schon lange eingesetzt wird und auch hier wirklich gute Resonanzen und Feedbacks kamen, haben wir uns entschieden, wir nehmen Solux-Tech auch mit auf. Beide Hersteller, Meier-Burger als auch Solux-Tech, werden Doppel-Class-Module und auch Full-Black-Module liefern. Wir freuen uns wirklich darauf, dass wir mit diesen Herstellern mit an den Start gehen können und auch die Erfahrung, die diese Hersteller mit reinbringen, wird uns weiterbringen. Ja, und jetzt glaube ich, Benni, hast du noch einen ganz spannenden Film auch zum Meier-Burger, den wir gerne präsentieren möchten. Wir haben ein bisschen was vorbereitet und da kann ich nur noch sagen, Film ab. Die Sonne. Das unglaublichste Kraftwerk aller Zeiten Abermilliarden Tonnen purer Energie, die Leben schafft und unsere Welt antreibt. Stell dir diese Energie vor Bei dir zu Hause Mach dich bereit für einen nachhaltigen Lebensstil Von dem alle profitieren Ohne, dass du Kompromisse machen musst Mach dich bereit für das leistungsstärkste Solarmodul der Welt Meier-Burger Ready to shine Ja, die Sabine ist schon wieder weg Wir werden sie aber nachher nochmal sehen Und natürlich auch rüber ins Nebenraum Sabine, vielen Dank für die spannenden Updates und Einblicke in die Welt der Module Aber damit wir unsere PV-Anlage auch fertig bauen können benötigen wir natürlich auch noch mehr Komponenten Und dafür darf ich jetzt Andreas bei uns im Studio begrüßen Ich habe auch schon gesehen, du hast einiges mitgebracht Da sind wir mal gespannt, was du uns nun berichten kannst Ja, herzlich willkommen auch von mir Mein Name ist Andreas Reischel Ich bin vom Team BayWa RE im Produktmanagement Und ja, wie Benni schon gesagt hat Ich habe ein bisschen was mitgebracht zu den weiteren Komponenten Als erstes, wir haben ja gerade gehört, die Module werden immer leistungsstärker Ich habe mal eine LG-Neon-H-Zelle mitgebracht Das ist ein M6-Wafer Ist noch nicht viel größer als der alte M4-Wafer Wobei der alte gibt immer noch Aber diese größeren Zellen bringen natürlich eins mit sich Mehr Strom, mehr Spannung, also mehr Leistung Und darauf müssen sich auch die anderen Komponenten einstellen Als erstes kommt natürlich, sag ich mal, nach den Modulen der Wechselrichter Höhere Spannungen hier, höher Strom Braucht neue Elektronik Manche Hersteller, wie zum Beispiel SMA, hat darauf reagiert Denn Sunny High Power Peak, auch ein 1500-Volt-Hochvolt-Gerät AC-seitig mit Lithium-Kabit-Transistoren auszustatten Dadurch erreichen sie 99% oder über 99% Wirkungsgrad Andere Hersteller gehen einen anderen Weg Wie Fronius, der hat eine ausgeklügelte Kühlung, aktive Kühlung Wieder andere setzen mehr auf passive Kühlung Um die Leistung eben aus dem Gerät in das Stromnetz zu bringen Was ist sonst noch der Trend? Natürlich werden die Geräte leichter und kleiner Also die Leistungsdichte steigt Und somit auch letztendlich fallen die Preise Des Weiteren bei den größeren Geräten sehen wir eben immer mehr MPP-Tracker Das Gerät mit den meisten MPP-Trackern ist der Core 2 mit 12 MPP-Trackern Wir haben aber auch ein Gerät von Huawei mit mittlerweile 215 kVA Als Wandgerät unter 90 kg Also da bin ich noch gespannt Da wird noch einiges passieren, da wird sich noch einiges entwickeln Das war jetzt der große Bereich Mein Herz schlägt so ein bisschen auch für den kleinen Bereich Für den Hausbereich Hier setzt sich der Trend auf die Hybridisierung weiter fort Also Hybrid-Wechselrichter, die sowohl die Photovoltaik als auch Batterien betreiben können Und die meisten Hersteller haben schon an Hybriden auf dem Markt Die anderen werden sicherlich nachziehen Und ja, momentan gibt es die Geräte bis 10 kW Was jetzt keine Einschränkung ist Aber mein Herz schlägt auch dafür, dass man gerne noch größere PV-Anlagen baut Und ich hoffe selbst, dass in den nächsten Jahren auch 15 oder 20 kW-Hybride kommen Ab 25 kW denke ich, wird sich das trennen Es wird keine Hybride mehr geben Da werden dann eben große AC-Speicher kommen Und darauf wird aber Peter noch später drauf eingehen Was man bei den kleinen Anlagen machen kann Aktuell ist natürlich, man kann auch mehrere Wechselrichter verbauen Hat so automatisch auch wieder mehr MPP-Tracker Aber die müssen natürlich kommunikativ gekoppelt werden Und ich sehe das auch als ein weiterer Trend Die Digitalisierung Die Digitalisierung hat voll Einzug erhalten Es gibt mittlerweile kaum noch ein Gerät bei uns Das wirklich ohne App oder ohne Portal daherkommt Die Inbetriebnahme erfolgt meistens eben über die Hersteller-App Und ja, und die Digitalisierung setzt sich natürlich weiter fort Was ich hier mitgebracht habe, ist unseren Sonic-Energie-Manager Das ist natürlich dann so ein Herzstück dieser Digitalisierung Darüber werden dann alle Geräte verbunden und gesteuert Genau, die Sets, die haben wir auf einer neuen Webseite Oder die Webseite vom letzten Jahr wieder aktualisiert Die interaktive Solar, da können Sie die gerne angucken Und Sie sind auch im Webshop erhältlich Genau, eben Speicher-Hybrid-Wechselrichter Mit einem Energie-Management von Sonic Des Weiteren Wir haben gesagt, es wird alles kleiner und leichter Ich habe hier mal den 450-Watt-Optimierer von Huawei mitgebracht Nur um zu zeigen, wie schön klein das Ding geworden ist Und weil ich das auch so ein bisschen als Trend sehe Also ich bin kein Vertreter von Alles muss optimiert sein Aber komplizierte Dächer erfordern natürlich ein kreatives Vorgehen Und man kann natürlich die Solar-Edge-Lösung wählen Die volloptimiert ist Die bringt einem das ganze Potenzial Oder auch teils optimiert mit Tigo oder Huawei Und die Dinger bringen ja nicht nur den Vorteil Dass dadurch komplizierte Dächer belegt werden können Sondern auch in der Analyse, im Monitoring Sieht man eben die einzelnen Leistungen der Module Und ganz wichtig, ein Sicherheitsfeature Dass die Anlage, wenn der Wechselrichter ausfällt Auch auf 0 Volt geschaltet wird Des Weiteren Sicherheit ist sicherlich auch so ein Thema Das noch stärker kommen wird Auch europäisch Dazu gehört dann natürlich auch eine Lichtbogenerkennung Oder Anti-BRD-Funktionen Genau Und damit haben wir den Strom vom Dach Tun wir in den Speicher Das wäre mein nächstes Thema Ich habe eine kleine Batteriezelle dabei Das ist eine BMZ 21700 Nur so als Gedächtnisstütze auch so ein bisschen Hier, die Geräte werden auch immer größer und leistungsstärker Flexibilität ist hier gefragt Deswegen auch BYD Unser Verkaufsschlager Von 5 bis 20 Kilowattstunden skalierbar Und auch über einen Combinerbox Natürlich kann man drei Türme parallel schalten Und hat dadurch noch mehr Leistung Genau Und ich gehe davon aus, dass Lithium sich weiter fortsetzen wird Evolutionär entwickeln Liegt einfach daran, dass Lithium eine sehr hohe Spannung hat Sehr hohe Ströme kann und damit natürlich auch die Leistungen, die wir brauchen Und aktuell im Automotive-Bereich stark eingesetzt wird Es gibt große Produktionsstätten Und damit skaliert die Produktion und die Preise purzeln auch wieder Andere Technologien sehe ich aktuell nicht Marktreif Es gibt natürlich Nischen, in denen sich auch vielleicht ein Redox Flow Oder ein Wasserstoffspeicher sicherlich anbieten würde oder eingesetzt wird Wir beobachten das Thema ganz genau Und sobald wir denken, es ist marktreif Dann werden wir sicherlich auch damit mit Produkten auf den Markt kommen Und wenn man so ein bisschen weiter noch voraus guckt Fünf bis zehn Jahre möglicherweise, wie in der Automobil Werden dann die Feststoffzellen kommen Also Zellen ohne flüssigen Elektrolyt Ja, haben wir den Strom gespeichert, müssen wir noch verteilen Wieder natürlich am besten mit einem Sonic-Energie-Management-System Es gibt als ganz einfache Anwendung die Warmwasser-Wärmepumpe Sehr günstig, speichert halt nur Wärme Oder auch die Elektromobilität Und hier ein großer Trend, die Wallboxen Die zum einen durch die Förderung sehr nachgefragt sind Und zum anderen auch durch den wachsenden Markt an E-Autos Es kommen immer mehr Autos auf den Markt Diese werden auch immer kleiner Du hast den Wattpilot vielleicht schon gesehen Ja, ein sehr handliches Gerät Das liegt daran, weil die Elektronik halt immer höher integriert wird Und genau bei der Elektromobilität ist mir nur eins immer wichtig Dass, ja eigentlich, man kann sie so als Steckdose betreiben Aber mir ist es wichtig, dass ein Energie-Management drin ist Und eben ein solares Laden oder dergleichen gemacht wird Oder ein Anschlussschluss-Phasen-Umschaltung Damit möglichst viel Solarstrom tatsächlich auch ins Auto kommt Und ich denke, über die Digitalisierung, die auch die Smart-Mieter mit sich bringen werden Wird das auch mehr werden Dann kommen so Sachen wie zum Beispiel variable Tarife auf den Markt Und die kann man natürlich nur nutzen, wenn man eine smarte Wallbox auch darin hat Genau Zum Sonic, den lasse ich dir da, Benni Weil da wirst du später noch was sicherlich dazu erzählen Ansonsten, glaube ich, bin ich mit dem Portfolio so durch Und, ja Ja, perfekt Andreas, vielen Dank Dass du unsere virtuelle Photovoltaikanlage nun zu Ende gebaut hast Alle Komponente nochmal aufzählt hast Und die wichtigsten Updates gegeben hast Du hast es gerade schon erwähnt Um alles zu verbinden Benötigen wir unseren Sonic-Energie-Manager Und das ist natürlich auch ein Thema Vor allem für unsere Endkunden Es gibt Ihnen die Möglichkeiten Die kompletten Komponenten Was jetzt auch Andreas aufgezählt hat Zusammen zu verbinden Und zu nutzen und zu optimieren Bevor wir jetzt aber reingehen In das Thema Sonic Und ich Ihnen da noch ein bisschen mehr darüber erzähle Starten wir mit einem kleinen Video von meiner Sonic-Anlage Und wenn Sie da noch nie Hallo, mein Name ist Benjamin Schöllhammer. Ich bin Vertriebsmitarbeiter von BayWare im PV-Grosshandel und ich darf Ihnen heute meine PV-Anlage vorstellen. Das Besondere an meiner Anlage ist der Sonic Home Energy Manager. Er steuert die Sonnenströme in meinem Haus. Auf dem Dach starten wir mit einer PV-Anlage mit 9,6 kW Peak und den Rest der Technik zeige ich Ihnen jetzt in meinem Haus. Wir sind hier nun in meinem Technikraum, wo die Strinkkabel der PV-Anlage durch den Überspannungsschutz zu meinem Hybrid-Wechselrichter von Kostal geführt werden. Rechts von mir sehen Sie eine BYD Hochvoltbatterie mit 11,5 kW. Um den Sonnenstrom nun optimal zu nutzen, habe ich hier den Energie Manager von Sonic eingebaut. Der Sonic Energie Manager steuert intelligent meine Hauptverbraucher hier im Haus. Ach übrigens, was ich Ihnen noch zeigen wollte. Dank der Sonic App kann ich, wenn draußen die Sonne untergeht, in meinem Wachtelstall die Sonne wieder scheinen lassen. Ich hoffe, Sie konnten einen kleinen Einblick von meiner Photovoltaikanlage bekommen. Ich aber es geht noch weiter und da möchte ich Ihnen nun gern bei ein paar Folien die Highlights von Sonic präsentieren. Sonic verbindet, das haben wir gesagt. Alles live hier, das gehört dazu, dass man sich auch mal verspricht. Sonic verbindet ist für uns ganz wichtig. Ich möchte es Ihnen einfach nochmal genau erklären. Es geht oben los mit der Photovoltaikanlage, über den Wechselrichter, über den Speicher. Und es geht auch noch weiter. Sie haben es zum Schluss gesehen, meine App. Über die App können wir verschiedene Sachen visualisieren. Es geht aber auch doch noch weiter. Und zwar, es scheint ja zwar nicht immer die Sonne, aber durch unser Sonic Plus haben wir die Möglichkeit, 100% CO2 freien Ökostrom zu beziehen und so auch die Zeit zu überbrücken, wenn mal die Sonne nicht scheint. Was verbinden wir nun alles? Ich habe es am Anfang schon erwähnt, von der PV-Anlage bis zum Wechselrichter und Speicher. Wir haben aber auch noch mehr Komponenten. Der Andreas hat es vorher erwähnt. Es gibt zum Beispiel auch noch eine Trauchwasser-Wärmepumpe oder eine Heizungs-Wärmepumpe. Oder, was jetzt natürlich in allem Munde ist, eine Wallbox. Mit der App können wir natürlich dann auch, das ist das Schöne, wenn ich bei mir in der Garage zum Beispiel stehe und mit dem Auto nach Hause komme, kann ich direkt von der Garage den Ladeprozess starten. Und wir können noch viel mehr. Wenn Sie alles voll sehen möchten von meinem Video, was bei mir sonst noch alles aufgebaut ist, gehen Sie einfach auf YouTube oder auf unsere sonstigen Social-Media-Kanäle. Da finden Sie das Video in voller Länge. Warum Sonic? Da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen. Was ist hier der Vorteil von Sonic? Für Sie als Installateur, Sie können unterschiedliche Hersteller miteinander kombinieren. Der Endkunde hat die Möglichkeit, einen Reststrombezug ohne EEG-Abdrettung mit Sonic Plus zu realisieren. Über die App, das habe ich schon angedeutet, haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu steuern, wie zum Beispiel die Wallbox und auch alles zu monitoren. Sie bekommen die Komponenten alles aus einer Hand und wir garantieren Ihnen eine stetige Weiterentwicklung. Und Integration neuer Produkte. Der Markt bleibt nicht stehen, das wissen Sie und es geht immer weiter. Auch wichtig für Sie als Installateur, wenn Sie zum Beispiel das erste Mal auf der Baustelle stehen und einen Sonic installieren, bieten wir Ihnen einen technischen Support, der Sie durch die Installation der Anlage bringt. Und auch im Nachgang können Sie remote auf die Anlagen darauf zugreifen, wenn es natürlich der Kunde erlaubt. Aber so sparen Sie sich vielleicht einen Weg und Sie können von unterwegs schon mal schauen oder von zu Hause, ob es irgendwelche Themen an der Anlage gibt. Lassen Sie uns noch etwas auf Sonic Plus eingehen. Da haben wir wirklich die einzigartigen Vorteile. Uns ist es egal, mit welcher Speichergröße Sie die Photovoltaikanlage realisieren. Wie bereits gesagt, die EEG-Vergütung bleibt beim Kunden. Es wird kein weiterer spezieller Zähler notwendig sein. Der Kunde hat zum Beispiel eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten und kann sich natürlich auch andersherum jederzeit für Sonic Plus entscheiden. Ich habe das gleiche gemacht bei mir. Ich wollte zuerst mal sehen, was benötige ich denn noch als Reststrom in meinem Haus und habe nach einem Jahr die Sonic Plus Anlage mit dazu genommen. Vor allem wichtig für unsere Kunden, wo wir sie gefragt haben, die Endkunden, was ist euch wichtig, ist natürlich die 100% CO2 Neutralität und auch natürlich, dass alle Kosten 100% transparent sind. Für Sie als Installateur ist natürlich auch noch wichtig, welche Komponenten sind nun eigentlich möglich, um eine Sonic Anlage zu realisieren. Da haben wir es Ihnen einfach gemacht. Gehen Sie einfach zu uns in den Webshop. Hier haben wir verschiedene Speicherlösungen realisiert. Sie können einfach durchgehen und finden Ihr passendes System. Oder wie es Andreas vorher schon erwähnt hat, gehen Sie auf unsere interaktive Solar-Seite. Auch hier finden Sie alle Kombinationsmöglichkeiten. Hier ist es nochmal aufgeschlüsselt, dass Sie es auch sehen. Natürlich mit Wahlboxen, Wärmepumpen oder was auch geht, auch immer sehr schön, natürlich mit ansteuerbaren Steckdosen. Hier kann man zum Beispiel wie ich in meinem Wachtelstall das Licht vom Sofa aus an- oder ausschalten, um in meinem Fall die Legeleistung der Wachteln im Winter zu erhöhen. Was ist noch wichtig? Sie als Installateur, bevor Sie loslegen können, Besuchen Sie einfach unsere Seite. Lassen Sie sich kurz zertifizieren und Sie bekommen alle Infos zu Sonic. Oder besuchen Sie uns in unserem Webinar. Hier werden wir knapp in einer Stunde alle Informationen für Sie nochmal zusammenfassen, sodass Sie topfit vorbereitet sind, um auf Ihre Endkunden zuzugehen. Und da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Steigen Sie mit ein. Ihre Zukunft ist Sonic. Ja, sonnige Zeiten haben wir nicht nur in unserem Bereich, sondern auch im Projektmanagement. Und was es da gibt, wir kennen sie schon, die Sabine. Die Sabine gibt uns hier einige Infos und da sind wir mal gespannt. Dann schieß mal los, Sabine. Ja, Benny. Hallo, da bin ich wieder. Danke für die tolle Überleitung. Ja, in der Tat bei uns im Projektbereich. Es ist wirklich sonnig. Wir haben in den letzten Jahren richtig, richtig Gas gegeben. Tolle Projekte gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden und unseren Partnern umgesetzt. Besonders stolz sind wir auf unser Rundum-Sorglos-Paket, welches wir mittlerweile anbieten, innerhalb unseres Partnernetzwerkes. Es ist wirklich so, speziell in den Freiflächenanlagen. Wir können Ihnen den kompletten Service von der Anlagenplanung über das Anlagenzertifikat bis hin zum Zaunbau mit an die Hand geben. Sprechen Sie uns hierauf an. Toll hat sich auch unser Baukastensystem etabliert. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit für jeden Kunden, für jede Anfrage entsprechend ein Angebot auszuarbeiten. Sei es, Sie möchten eine Anlage schlüsselfertig erstellt haben. Sei es, Sie möchten selber Montageleistungen mit einbringen in der Freiflächenanlage. Oder aber Sie haben nur eine Fläche, die Sie verpachten möchten. Hier können wir Ihnen wirklich bei jeder Anfrage helfen. Ganz wichtig ist natürlich speziell im Projektbereich, auch bei den Kleinanlagen, aber auch bei den großen Projekten Zuverlässigkeit und Planungssicherheit. Dies können wir mit unseren Herstellern, mit denen wir schon über Jahre hinweg zusammenarbeiten, sehr, sehr gut darstellen. Das heißt, Sie werden von uns immer die Materialien zu den vereinbarten Terminen auf die Baustelle bekommen. Selbst wenn es irgendwo mal an der einen oder anderen Stelle hakelt, finden wir immer eine Lösung dafür. Von A bis Z stellen wir diese Anlagen im Bereich bis zu 20 Megawatt für Sie mit auf. Also das ist wirklich, hätten wir vor Jahren niemals gedacht. Wir hatten gestartet im Projektbereich mit 750 kW-Anlagen. Benni, du weißt es ja. Und mittlerweile sind 10, 20 Megawatt-Anlagen für uns wirklich Standard. Egal ob es Anlagen sind, die in der Ausschreibung sind oder eben Anlagen innerhalb eines PPAs, die in die Direktvermarktung gehen sollen oder Innovationsausschreibungen. Innerhalb unseres Netzwerkes und vor allem auch innerhalb des Verbundes der BIWA RE können wir alles darstellen und Sie unterstützen. Ganz wichtig auch das Thema Gewerbespeicher. Ja, ist mittlerweile auch etwas, wo wir sagen, wir haben sehr, sehr viele Anlagen, gerade auch im Dachanlagenbereich, wo wir die Unternehmen auch mit Großspeichern ausstatten. Das ist sehr, sehr spannend und auch hier haben wir schon tolle Referenzen jetzt gebaut, erstellt und möchten Ihnen jetzt speziell mal für eine Freiflächenanlage noch einen kleinen Film zeigen. Das ist für uns ein kleines Leuchtturmprojekt, ein 20 Megawatt Park, wo wir den ersten Bauabschnitt mit 10 Megawatt letztes Jahr erstellt haben. Eine PV-Hybridanlage, also quasi die Einbindung auch mit an einen bestehenden Windpark. Ich freue mich, dass wir diesen Film zeigen dürfen und bin gespannt, was in den nächsten Jahren hier noch auf uns zukommt. Und wir freuen uns natürlich auf Ihre Anfragen. Danke Benni. Ich danke. Ich danke. Ja, Sabine, vielen Dank für den tollen Film. Und natürlich auch für deine Einblicke in das Projektmanagement. Die Sabine hat es schon erwähnt, den Gewerbespeicher, der gehört natürlich auch zu jeder Anlage dazu. Und was es da Neues gibt, für das ist jetzt bei uns Peter. Ja, danke für die Einladung. Auch nochmal Hallo von meiner Seite aus. Freut mich, heute hier sein zu dürfen. Gewerbespeicher, großes Thema, wichtiges Thema. Gerade wenn es um Gewerbelösungen geht mit Gewerbespeichern, haben wir natürlich auch gemerkt, dass in der Tat da die Anfragen einfach mehr auf uns zugekommen sind. Wodurch wir ja auch Anfang des Jahres hier nochmal ein Special Grad für Kunden gestartet haben, um hier nochmal die Anwendungsbereiche und die ganzen Systeme, was so ein Gewerbespeicher angeht, einfach nochmal Grundwissen, Basiswissen zu vermitteln. Um hier nochmal einfach auch ein paar Informationen zur Verfügung zu stellen. Genau. Grundsätzlich ist es so, dass wir, die ByWare, hier mit namhaften Herstellern auch am Markt zusammenarbeiten und natürlich auch im regen Austausch sind. Gerade wenn es an die Anforderungen nach ihren Projekten geht, sei es Peak Shaving, also quasi das Lastspitzenkappen, dann natürlich auch Eigenstromoptimierungen, Systeme, was mit Elektromobilität zu tun hat. Wiederum aber auch USV-Schutz, also quasi die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung. Wichtig hierbei ist, rein nicht nur den Gewerbespeicher anzusehen, sondern auch wirklich das Ganze als System zu betrachten. Und da ist natürlich ein Energiemanagementsystem natürlich wichtig für die Integration, gerade für die Sektorenkopplung zwischen eben dem Gewerbespeicher, zwischen der Photovoltaik, zwischen unterschiedlichen Wärmeanbindungen und natürlich auch der Elektromobilität, das hier dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Wiederum aber auch um Regeldienstleistungen oder beispielsweise Direktvermarktung zu ermöglichen. Stichpunkt Direktvermarktung, da gibt es natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema dieses Jahr, das ist der Redispatch 2.0, der zum ersten Oktober dann auch wirklich in Kraft tritt. Ganz kurz erklärt einfach nochmal, Redispatch 2.0, hier werden jetzt erneuerbare Energieanlagen herangezogen. Grundsätzlich geht es darum, wirklich eine Netzstabilität, eine Netzsicherheit auch einfach zu gewährleisten, um hier bei bestimmten Engpässen und Überlastungen von Netzen einzelne Anlagen auch einfach abzuregeln. Hier gibt es eine gewisse Pflicht, also quasi eine Grenze, wo Anlagenbetreibende daran teilnehmen müssen. Die Grenze bezieht sich auf 100 Kilowatt-Peak-Anlagen oder größer, sofern aber auch kleinere Anlagen davon betroffen sind, sodass die natürlich dann auch von Netzbetreibern gesteuert werden. Also sind diese ebenso verpflichtend, hieran teilzunehmen. Genau, wie schon gesagt, erneuerbare Energien werden herangezogen. Das ist anders wie bei dem Redispatch 1.0, da waren es dann wirklich die konventionellen Kraftwerke, die herangezogen wurden. Da lag die Grenze bei 10 MW, in dem Fall sind es dann die 100 Kilowatt-Peak. Genau, wie gesagt, komplexes Thema, großes Thema auch nochmal, wenn Sie da einfach nochmal Informationen haben möchten. Wir haben hierzu auch nochmal einen Blogbeitrag geschrieben, wo auch einfach nochmal alle Informationen drinstehen und auch noch ein paar Sachen nachlesen kann. Genau, ich würde jetzt aber ganz gerne nochmal um das Gewerbespeicher-Thema zurückzukommen, weil ich jetzt da doch schon ziemlich viel über das Thema Redispatch gesprochen habe. Jetzt natürlich hier wegen Gewerbespeicher nochmal speziell. Vielleicht auch einfach nochmal mit dem Blick ins kommende Jahr, also in das Jahr 2022. Da erwarten wir jetzt natürlich und erwarte auch ich persönlich hier nochmal durch die Integration von Elektromobilität, von den erneuerbaren Energien, speziell Photovoltaik natürlich in unserem Bereich. Hier einfach nochmal, was Gewerbelösungen mit Gewerbespeicher angeht, einfach nochmal einen Aufschwung. Man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt beispielsweise so einen Ladepark auch einfach sich aufbauen möchte mit 10, 20, 30 oder auch mehr Ladepunkten, die benötigen natürlich eine bestimmte Leistung. Und hier kann natürlich auch ein Gewerbespeicher einfach optimal eingesetzt werden, der dann quasi wie Time of Use dann die Leistung auch zur Verfügung stellt, um jetzt hier beispielsweise dann auch Netzbau zu verhindern. Genau, das sind so wichtige Punkte einfach. Noch als abschließender Satz von meiner Seite aus nochmal, wenn Sie da wirklich nochmal Interesse haben, wirklich, was es heißt, einen einheitlichen Verbund, ein einheitliches System auch aufzubauen, gerade zwischen den einzelnen Sektoren, wie schon mal vorhin von mir erwähnt, Gewerbespeicher, Photovoltaik, unterschiedliche Wärmeanbindungen, natürlich Elektromobilität, das ist ein großes Thema. Mit dem Ziel, Kosten zu sparen natürlich, den Eigenverbrauch zu erhöhen, gewissermaßen aber auch unabhängig zu sein, dann sprechen Sie uns gerne an. Und ich denke, wir werden eine optimale Lösung für Sie finden. Viele spannende Themen auch, das Thema Regeltechnik, Direktvermarktung, also Wahnsinn, was da alles los ist. Sag ich mal, möchtest du da noch ein bisschen weiter drauf eingehen oder finden wir das alles auf deinem Blog? Das finden wir natürlich alles. Also ich habe natürlich schon die wichtigsten Informationen jetzt auch schon genannt, gerade was die Grenze angeht, welche Möglichkeiten es da gibt, gerade was Lösungen angeht, dass man natürlich das Ganze an den Direktvermarkten abgeht, also quasi an den Dienstleister, der das alles für einen übernimmt, weil da doch einige Anforderungen an die Anlagenbetreiber, die das betrifft, dann zukommen. Hier müssten unterschiedliche Stammdaten, Planungsdaten übermittelt werden. An den Netzbetreiber, da gab es ja auch letzten Monat schon eine Grenze, beziehungsweise musste letzten Monat hier das alles auch eingereicht werden. Aber das kann man auch alles nochmal im Blogbeitrag nachlesen, gar keine Frage. Ja, Peter, vielen Dank. Was Wahnsinn, was da für eine Dynamik und Schwung bei dir in deinem Bereich drin ist. Also das ist echt verrückt. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Gerne. Ja, und es schleicht auch schon fliegender Wechsel hier. Es schleicht hier schon unser Partnermanager rum, der Andreas. Du hast wahrscheinlich gerade gehört, Dynamik, Schwung. Und willst du jetzt gleich loslegen und auch ein bisschen was über deinen Bereich erzählen? Ja. Eigentlich habe ich gedacht, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Eigentlich wollte ich mich mit dir unterhalten mal wieder. Das ist Corona schon ein, zwei Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Ja, aber das ist jetzt eigentlich der falsche Moment, weil du bist jetzt hier reingebrochen, wir haben hier eine Live-Sendung. Also das müssen wir auf später verschieben, dass wir da vielleicht nachher noch ein Bier trinken. Jetzt musst du ran, raus damit. Was gibt es in deinem Bereich Neues? Ja, ich baue gerade im Bereich Partnermanagement innerhalb des Partnervertriebs auf. Im Partnervertrieb betreuen wir ja unsere Kooperation mit Stadtwerken, Energieversorgern, Hausherstellern, gewerblichen Bündelkunden. Die Kunden betreuen wir von der Angebotserstellung über die Planung bis hin zum Bau der Anlagen, über regionale Installateure, über Partner von uns. Und für diese Partner haben wir unser Partnerprogramm 6G entwickelt. 6G? Also ich habe vorher von 3G erzählt, aber was ist jetzt 6G? Na 6G steht für sechs gute Gründe für eine Partnerschaft mit der BayWare. Darunter zählen, wir bieten unseren Kunden starke Konditionen, wir bieten unseren Kunden langfristige Bauaufträge durch Stadtwerke, durch Fertighaushersteller. Unsere Partner haben keinen Akquiseaufwand, keinen Beratungsaufwand, sondern können auf fertige Bauaufträge zugreifen und wir bieten attraktive Benefits und Prämien. Aktuell erweitern wir unser Fachpartnerprogramm. Wenn da jemand Interesse hat, daran zu teilnehmen, darf sich jederzeit gerne melden. Wahnsinn, also das hat sich jetzt gelohnt, dass du hier kurz vorbeikommen bist. Also freut mich, was da bei euch losgeht und das interessiert bestimmt auch unsere Kunden. Das soll jetzt hier einfach auf dich zukommen oder auf deine Kollegen. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder zurück zum Programm. Jetzt guckst du noch am Bier und dann können wir nachher noch unsere Schwätzle halten. Gerne, machen wir es. Vielen Dank. Ich habe es vorher schon andeutet. Alex, komm nochmal zu uns. Alex, wir haben heute jetzt viele Themen schon gehört. Gibt es noch Informationen, die wir noch nicht gehört haben, wo du sagst, jawohl, das muss jetzt noch raus? Dann habe ich hier jetzt, hast du jetzt die Chance. Ja, da haben wir wirklich eine Menge an interessanten Dinge gehört. Wirklich ganz, ganz viel. Ich würde gerne vielleicht nochmal eins machen, so ein bisschen einen Rückenschlag zu dem Thema, mit dem ich vorhin gestartet habe, dem Ungleichgewicht der Märkte. Ich glaube, die ganz gute Nachricht ist, dass in den verschiedensten Bereichen, abhängig von der Warengruppe, auch vom Hersteller und vom Produkt, sehen wir auch die ersten Anzeichen, dass wieder eine gewisse Normalität, ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage kommen wird. Das ist mit Sicherheit nichts, was von heute auf morgen ist. Da werden wir teilweise noch einige Wochen, in manchen Bereichen auch noch einige Monate benötigen. Aber eine gewisse Tendenz ist zu erkennen, dass die Märkte wieder in ein Gleichgewicht kommen. Darüber hinaus, ich glaube, ich werde einen ganz, ganz spannenden September haben, mit einer Bundestagswahl, die vor uns liegt. Es sind die verschiedensten Koalitionen möglich, so wie es aktuell aussieht. Und von einem bin ich überzeugt, nachdem das Thema Klima ein ganz, ganz wichtiger Teil des Wahlkampfes ist, wird ein neues EEG ziemlich schnell nächstes Jahr auftauchen. Warum? Ich gehe heute davon aus, dass im ersten Halbjahr schon ein neues EEG der neuen Bundesregierung vorgestellt wird. Und klar ist, dieses neue EEG wird dann maßgeblich und sehr konkret beeinflussen, wie groß der Markt für die nächsten vier Jahre sein wird. Daher gehen Sie wählen und wählen Sie richtig. Eins ist auch ganz klar, die Zukunft, egal eigentlich fast welche Regierung wir nachher haben werden, wird nachhaltiger sein. Und die erneuerbaren Energien werden eine wichtige und zentrale Rolle spielen. Die einzige Frage, die da sein wird, ist, wie schnell wird es vorangetrieben. Und last but not least, für uns in unserer Branche, in der Photovoltaik, bedeutet es sicherlich wachsende Märkte. Da werden wir sie begleiten, da möchten wir sie begleiten. Wir stellen uns darauf ein, dass der Photovoltaikmarkt in den nächsten Jahren stark zulegen wird. Und wir bauen entsprechende Strukturen auf, um sie weiterhin auch gut bedienen zu können. Zum allerletzten Punkt möchte ich noch ein kleines bisschen Werbung machen. Ein kleines bisschen Werbung für unseren Bundesverband Solarwirtschaft, der in Berlin sitzt. Der versucht, die Belange für die Photovoltaik so gut wie möglich in die Politik zu tragen. Und immer noch mit großen Widerständen von vielen Lobbyorganisationen oder Unternehmen zu kämpfen haben, die die Photovoltaik nicht unbedingt als die Zukunftsquelle, Energiequelle sehen. Daher meine Bitte und mein Appell an Sie, wenn Sie noch nicht Mitglied sind beim BSW, werden Sie Mitglied. Jedes Unternehmen hilft uns, um stärker zu sein und die Belange der Photovoltaik in der Politik in Berlin möglichst gut durchsetzen zu können. Vielen Dank dafür. Gut. Alex, vielen Dank. Von meiner Seite. Ja, Wahnsinn, wie hier die Zeit verfliegt. Wir wollen jetzt die Zeit nutzen und nochmal alle Gäste hier einladen, hier vorholen und ihre Fragen beantworten. Jetzt hoffe ich, dass meine Fragefee hier nebenher gearbeitet hat. Georg. Ich nehme es dir kurz entgegen. Und dann darf ich alle hier reinbitten. Wir stellen uns ein bisschen breit auf und dann schauen wir mal, was hier für Fragen reinkamen. Genau, ich starte gleich los. Sabine, die erste Frage geht an dich. Ab wann werden die Module von Meier Burger und Solux Tech verfügbar sein? Also mit den Modulen von Meier Burger rechnen wir ungefähr in vier bis fünf Wochen, dass wir sie verfügbar haben. Im Webshop sind sie jetzt schon zu finden. Solux Tech haben wir derzeit noch nicht im Webshop. Hier warten wir noch auf genaue Liefertermine, werden aber natürlich wie immer über unsere Solar News informieren. Vielen Dank. Nächste Frage, die geht an mich selber. Kann ich Sonic auch bei Bestandsanlagen nachrüsten? Ja, das kann man. Gehen Sie einfach bei uns in den Webshop. Dort finden Sie diesen Sonic Energiemanager auch als Einzelartikel und können so diesen bei bestehenden Anlagen nachrüsten. Wichtig ist hier nur zu beachten, dass man auch immer auf dem aktuellen Softwarestand ist. Aber da gibt es extra Listen mit Kompatibilität, wo die Softwarestände draufstehen. Also kein Problem, dem Sonic steht nichts im Wege. So, wo haben wir noch weiter? Kundenfrage. Was ist der Unterschied? Wieder an mich. Was ist hier los? Zwischen Energiemanagern von SMA, Kostal etc. und Sonic. Genau. Also ich habe Ihnen vorher nur ein paar Vorteile aufgezählt. Am besten, Sie kommen nochmal in unser Webinar. Da haben wir noch viele mehr Vorteile drin. Wichtig ist, der Hauptunterschied, was ich auch immer finde, ist dieser Sonic Plus. Sie haben hier die Möglichkeit, den Reststrom über unser Ökostromdepot zu beziehen. Und das 100% CO2-frei. Das ist ein wichtiger Grund. Es gibt noch viele mehr. Auch hier, wie gesagt, alles bei uns auf der Webseite nochmal drauf. Auch gerne im Nachgang kommen Sie auf mich zu. Ich beantworte hier gerne Ihre Fragen. So, was haben wir hier? Alex. Wie hoch erwartet die BayWa RE den diesjährigen PV-Zubau? Ja, für Deutschland sehen wir deutlich wieder ein Ansteigen vom Markt. Letztes Jahr hatten wir knapp 5 Gigawatt an Zubau. Für dieses Jahr würde ich ca. 6 bis 7 Gigawatt erwarten. Und dann bin ich noch zusätzlich neugierig, wie das neue EEG aussehen wird. Das wird dann zeigen, was dann 2022 zugebaut wird. Perfekt, vielen Dank. Ich habe hier noch ein paar Fragen, die nehmen wir jetzt. Den Rest können wir noch mitnehmen. Michael, Thomi, an euch. Helft mir kurz weiter. Ich bin hier jetzt mit viel Input reingekommen. Vielleicht könnt ihr das nochmal beantworten, falls ihr es nicht schon beantwortet habt. Was ändert sich in der Vertriebsstrategie der Novo Tegra, nachdem es eine eigene GmbH geworden ist? Ja, wenn es Vertrieb ist, dann gehe ich da gerne darauf ein. Die Antwort ist gar nichts. Wir werden Sie genauso unterstützen über unsere Vertriebsgesellschaften wie bisher. Was wir noch mehr machen wollen, Sie noch besser zu unterstützen, beraten. Internet habe ich ja schon darauf hingewiesen. Aber im Wesentlichen ändert sich nichts. Wir wollen Sie einfach noch besser unterstützen. Also keine Sorge, es bleibt alles beim Alten. Nur etwas besser noch, hoffentlich. Vielen Dank. Es gibt noch viel mehr Fragen. Wie gesagt, wir werden alle Fragen im Nachgang beantworten. Wir wollen uns hier in unser Zeitlimit halten. Und wir hoffen, dass Sie natürlich heute sehr viel mitgenommen haben in dieser guten Stunde. Es freut uns, wie gesagt, am Anfang schon, wenn wir uns im Oktober oder auch mal bei einem Kundenbesuch bald wieder live sehen und auch gemütlich vielleicht bei einem Bier abends noch zusammen sitzen können und wieder wie früher sprechen. Da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins sagen. Vielen Dank an Eure Inputs, dass wir hier so viel mitbekommen haben. Auch wichtig, vielen Dank an unser Marketing, die das alles hier organisiert hat. Und das sehen Sie leider nicht an das Technikteam im Hintergrund. Hier ist nämlich ganz schön viel Technik aufgebaut. Und das Beste kommt zum Schluss. Wir haben viel sprechen müssen, da muss man die Stimme auch wieder ein bisschen ölen. Und unsere Marketing-Fee hat hier auch etwas vorbereitet. Und da bleibt uns nur noch eins zu sagen. Bedient euch und liebe Zuschauer zum Wohl. Und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.